Was in diesem Vlog passiert. Nein, 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 nein. Hey, Lokos. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde heute Jordan und Sammy besuchen, denn die Jungs haben mich zu ihrer Villa eingeladen. Ich habe denen aber gesagt, dass ich keine Zeit habe und nicht kommen werde. Ich habe auch eigentlich keine Zeit, aber ich werde heute Nacht einfach nach Bochum fahren und die Jungs besuchen. Trotzdem steht heute dann sehr, sehr viel an. Der Höhepunkt ist, dass ich die beiden pranken möchte. Dafür werde ich gleich ein paar Furzbomben suchen. Gut. Aber erstmal muss ich mich anziehen. So, ich bin jerked out in Watto. Und jetzt müssen wir uns schon kurz eincremen. Ich bin schon wieder zu spät, ne? Das Ding ist, ich bin generell ein Mensch. Ich komme viel zu oft zu spät. Also ich will gar nicht zu spät kommen, aber mein Kopf sagt mir, ach, du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Ich bin manchmal zu gechillt einfach. Ich habe keine Zeit mehr. Also ich habe seit drei Minuten einen Friseurtermin. Und ich bin auch zu Hause. Okay. So, Haare muss ich eh nicht machen, macht der Friseur. Augenringe mache ich noch kurz weg. Wir haben auch gestern komplett alles bestellt bei Burger King, was es bei Burger King gibt. Das war vielleicht das Dümmste, was ich hätte machen können. Weil ich achte gerade krass auf Ernährung, beziehungsweise ich versuche es. Mama hat gesagt, du hast zugenommen. Da muss, habe ich gestern fürs Video halt auch, das vom Burger King gegessen. Bruder, der sagt, also mir hat, habe so Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Schon wieder eine Pflanze, die gestorben ist. Ach man, rest in peace, Patrick. Wir müssen uns bein, bevor ich eine Standfauke von meinem Friseur bekomme. Natürlich wird auch wieder Parfum aufgetragen heute. Serio. Passt. Nicht so viel. Ich kriege gleich eh dieses ganze Colonie an mein Gesicht und dann rieche ich wie ein anderer Mensch. Oh, guckt euch die Reste von gestern an. Bah, bah, Junge, iiiiih. Bleh. Und hier sind sogar noch Burger. Hier sind sogar noch extrem viele Burger übrig geblieben. Die bringe ich Jordan und Sammy mit und sage, die sind frisch. Ist mir egal. Okay, wir sind da beim Friseur. So sehen meine Seiten vorher aus. So sieht mein Friseur aus. Und das sind meine Seiten nach dem Friseur. Und jetzt muss ich ganz schnell ein Dorf fahren, weil ich eine Wii abholen will, weil ich heute Wii streamen möchte. Als kleines Special. Da muss ich mich beeilen. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe hier die ganzen Wii-Sachen und ich habe noch etwas kleines abgeholt. Drei Hotchips. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die in Deutschland essen darf, aber ich habe es auch einfach für den Stream geholt, weil es Leute wieder da sind. Und yeah. Jetzt muss ich noch Essen fahren, weil sonst wird Johannes sauer. Weil ich habe gesagt, ich kaufe ein. Los geht's. Einkaufen. Okay, Einkaufswagen noch leer. Und jetzt? Okay, und jetzt ist der Einkaufswagen voll. Wir haben hier... Okay, das sieht ein bisschen ungesandt aus oben, aber weil die gesunden Sachen unten sind. Also wir haben hier ganz viel Obst, habe ich geholt. Darüber sind so Protein-Dinger. Oliven auch, underrated. Und hier, ESN. Jetzt sponsert mich. Es dauert zu lange. Vergeht, habt ihr schon geschickt, aber ich will gesponsert werden. Okay, besser ist es. Yeah. Wir haben Protein-Bars, habe ich geholt. Toilettenpapier haben wir noch gebraucht. Aber kennt ihr das, wenn ihr was einkauft und trotzdem das Gefühl habt, ihr hättet irgendwas vergessen? Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Sonst kriege ich Ärger zu Hause. So Leute, ich bin mit den Sachen zu Hause angekommen. Ich mache gerade ein bisschen Essen. Ich muss sagen, das ist eine Sache, die mich extrem nervt an meinem Lifestyle gerade. Lifestyle, voll das komische Wort. Ich kann jetzt zum Beispiel heute nicht zum Training, weil ich muss jetzt das Essen machen. Und wir haben schon 20 Uhr. Und dann muss ich, also ich esse dann, dann streame ich. Ich will so drei Stunden mindestens streamen. Wäre auch extra die Wii geholt und so. Dann habe ich schon 23 Uhr und überlegt mal, ich brauche zwei Stunden nach Bochum. Das heißt, ich bin um ein Uhr erst da. Dann kann es lustig werden, aber dann wird es für mich richtig dreckig. Aber der Plan wird durchgezogen. Ich habe nur noch keine Stinkbombe. Das ist das einzige Problem. Aber der Prank wird da sein. Der Prank wird da sein. Ich habe drei Hotchips, sagen wir mal so. Ich habe drei Hotchips. Übrigens, wie ihr sehen könnt, Hamed Loco. Chefkoch, ja. Mit Käse. Oh, oh, ups. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Käse. Es gibt nicht zu viel Käse. Plötzlich hatte ich ein großes Problem, weil die Wii funktioniert nicht. Ich war sehr traurig. Aber wo der Stream jetzt ausfällt, ist es mir umso wichtiger, Jordan und Sammy jetzt zu pranken. Und deswegen setze ich alles darauf. Ich hatte mehrere Ideen. Eine Idee war zum Beispiel, mich zu maskieren und die beiden Jungs zu überfallen. Aber das hatte ich doch schon bei Rohat gemacht. Die zweite Idee war der Hotchip-Prank. Aber Hotchip-Pranks habe ich auch schon zu viele gemacht. Ich musste mir irgendetwas einfallen lassen. Ein Prank, den ich noch nie gemacht habe bisher. Das war nur für die Szene. Eigentlich trage ich keine Schuhe in meinem Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Ho, ho, ho. Das ist gut. Ich schreibe gerade mit Thomas, mein Kameramann. Mein Kameramann plant für Jordan und Sammy den 24-Stunden-Stream, den sie gerade machen. Und ich werde jetzt da hinfahren und den Vermieter spielen. Das heißt, mein Kameramann wird Jordan und Sammy sagen, der Vermieter ist da, der hat den Stream gesehen. Er möchte, dass ihr den Stream abbricht. Und ich stehe dann an der Tür und nicht der Vermieter. Also der Prank ist quasi, dass sie Angst haben, ihren 24-Stunden-Stream abbrechen zu müssen. Und dafür fahren wir jetzt nach Bochum. Ja, Bochum. Nehmt euch in Acht. Es gab nur eine Sache, die jetzt noch alles kaputt machen wollte. Ich habe mich wieder ausgesperrt, Leute. Und mein Autoschlüssel ist in der Wohnung. Das heißt, ich kann nicht losfahren. Alles umsonst. Es ging schon so weit, dass ich mir Tutorials angeguckt habe, wie man seine eigene Tür aufbricht. So, zugefallene Wohnungstür. Die öffnen wir jetzt mit der Flexerkarte. Dafür drücken wir mit der einen Hand gegen die Tür, damit der Spalt größer wird. Und mit der anderen Hand stecken wir die Karte in den Türspalt. So sieht das dann ungefähr aus. Dann greifen wir mit beiden Händen die Karte und ziehen sie langsam nach unten. Dabei immer darauf achten, dass wir nicht am Dichtungsgummi hängen bleiben. Danke, dass du mich fährst. So, wir sind angekommen. Das ist so eine Riesenvilla, ne? Das ist geisteskrank. Das ist so eine richtig fette Anlage hier mit so drei verschiedenen Häusern. Guckt euch das mal an. Da sind die Jungs gerade drin in diesem dicken Haus. Okay, wir machen das jetzt so. Wie machen wir das? Wir rufen den Typen an. Wir rufen Thomas an. Und der sagt dann, der Vermieter ist am Telefon. Ich gehe rein. Ich sage so, Jo, Jungs, der Vermieter ist da. Im Stream. Und dann kommen die vor die Tür, der Kameramann. Wer ist das? Nee, das ist ein Moderator. Kater. Achso. Dann kommen die Jungs raus, Kameramann filmt das und ich glaube, die Jungs werden es hier. Bist du nicht das, weil die sehen uns gerade, ne? Die Jungs? Nein, die Jungs sehen das nicht. Ich meine, die Tatsche oder so. Nicht, dass die reinkommen. Ey, da ist irgendwer. Die ist schon beschädigt. Okay, okay, okay. Okay, dann lass das so machen. Okay, Leute. Ich rufe jetzt Thomas an und der tut so, als wenn der Vermieter am Telefon ist und der Stress macht. Was ist das für eine Tür? Das ist mit Fingern im Druck. Warte. Das ist einfach mit Fingern im Druck. Wie geht das für eine Tür? Mach mal aufs Setup schnell. Ja, ich hab... Es geht doch mal vor die Tür. Ja, ja, ja. Ja, komm, es kommt. Ja, ja. Geht doch mal vor die Tür. Warum soll ich denn vor die Tür? Du bist doch doch zum Lachenkette. Ich hab weiß. Geh mal bei mir, man, los. Hä? Ey, mach mal hier wieder an. Ja. Die hören's, die hören's. Der Vermieter ist da. Die hören's. Man hört die. Man hört die. Die regnet sich grad. Hey! Hör auf, so viel Stress zu machen. Hör auf, so viel Stress zu machen, hier. Nicht so viel Stress machen, Junge. Hör auf, so viel Stress zu machen. Junge, ihr macht nichts. Ihr macht dreckig. Hör auf, ey! Mann! Mann! Was genau? Hör auf, dreckig zu machen, Junge. Hör auf, ey! Ey, Junge! Was für Arsch, Juh, ey! Ein fettes Weg! Wir haben den Chat! Oh, man hat den Überraschung-Chat, ja? Hä? Hör auf, hör auf, ey! Hör auf, ey! Ich hab... Ich hab... Er sagt noch... Hahahaha! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wie viele Bahnen haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie, acht... Kannst du spielen? Minigolf? Ja, ja, ja. Hahahaha! Was geht ab, Dicker? So, jetzt spielen wir eine Runde Minigolf! Dann haben wir so die schärfsten Chili-Bons, ey, die sind wirklich scharf. Aber mit Himbeere, warum mit Himbeere? Das sind so Lütsch-Bombos, aber das ist richtig scharf. Dann haben wir hier Habanero. Kein Habanero? Ne, das... Als Gummibären? Was? Ey, wir haben noch... Einfach als Gummibären? Da haben wir so eine Half-Harp-Ding da, so weißt du, ich mein? Aber... Unser Süß-Tomling haben wir, aber Süß-Tomling nicht nochmal. Ne, ne? Habt ihr schon gemacht? Hat heute noch einer gegessen? Ja! Riecht mal an den, bitte! Wie? Komm, weil Hamed als Gast da ist, muss er eigentlich so einfach mal probieren. Ey, weil Hamed als Gast ist eigentlich Glatze, ja? Wie? Boah, Glatze! Wie? 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 Hey, was ist das? Wenn du's mal ehrlich? Ey, ich hab' eine Idee für die... Ey, was ist das für ein Sticker? Lösch den! Lösch den Sticker! Ey, was ist das für ein Sticker von mir, Junge? Warum habt ihr Sticker von mir? Lösch den! Ich weiß selber nicht, Bruder. Zweiter Platz muss deine Haare färben und letzter Platz muss Chili. Ja, 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 ja. Meine lieben Freunde, jetzt werden wir Minigolf in der Villa spielen. Wir haben neun Bahnen, jeder gegen jeden und jeder hat jeweils sechs Versuche in den Loch einzulochen. Deswegen, es wird spannend, heute mit einem sehr speziellen Gast, Hamid. Ey, das wird krass, meine lieben Freunde, das wird krass, ich bin echt gespannt. Die Jungs ziehen sich jetzt mal um, die haben extra Outfits geklärt. Sehr gespannt. Okay, ich sag ehrlich, Minigolf bin ich gut drin, also ich... Ich kann sogar richtig Golf. Habt ihr hier, wo ist ein Golfball? Gib mal ein Golfball. Gib mal ein Golfball. So! Boah, doch, jetzt hat die Scheibe getroffen. Der hat fast die Scheibe getroffen. Aber das ist voll falsch geworden. So bist du entfernt, ne? Ey, die Scheibe wird durchgebrochen, ich schwör auf meine Mutter. Okay, warte, wie macht man denn nochmal Minigolf? Also, wir fahren jeweils immer bei den Stationen ganz am Anfang an. Aber jeder hat nur maximal sechs. Genau, sechs Versuche. Sechs Versuche, warte. Und je mehr Schräge du brauchst, desto weniger Punkte habe ich. Wenn du sechs Schräge brauchst, hast du sechs Punkte. Und je mehr Punkte hast, desto weniger. Mit oder ohne Test? Ohne Test. Okay, okay. Ich muss wieder von vorne, oder was? Wenn du die Bahn nicht triffst, also wenn du... Du kannst auch leichter machen... Ja, ja, ich checke, ich checke. Du kannst jetzt weitermachen. Okay ey, Cornelius, zähl richtig, schnell hör auf die Schumme. Witter Versuch jetzt. Ey, mach ein Zettelstück, du musst aufschreiben. Ja! Ja! Hau doch einfach das Ding da rein! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Der ist raus! Der ist raus! Da war, der war drin! Cornelius, guck doch mal! Ich schreibe das alles auf extra. Ich hab schon gesehen, erster von sich. Da zählte aber... Das ist der JJ! Ich fang wieder gerade. Boah, ich seh jetzt! Ey! Ein Minuspunkt! Nein! Du hast nur gesagt, Fettster! Ich seh jetzt schon! Boah, ich seh seinen Bein, Bruder. Sein Bein ist so unter Spannung, ne? Aber ich hab... Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war ja nicht krank, ey! Oh mein Gott! Mach sein Auge! Guck jetzt! Ich mach Auge zurück! Wie hässig du bist, ja? Ich liebe Hameds Auge! Hameds Auge, Alter! Ich ess das aus, ja! Wie viele Schläge hat er? Vier! Drei! Wuhu! Drei! Drei! Vier! Du hast vier, lüg mich, Junge! Deine Kappe, du Dribbler, Alter! Zwischenstand! Drei, drei, eins! Sammy ist am führen! Ich würd sagen, wir gehen zur nächsten Bank! Mhhh! Mhhh! Oh Gott! Chill, chill, chill! Von da musst du weitermachen, genau! Ich muss von da, aber ich passe nicht richtig richtig! Mein Arsch zu fett! Ja, dann, dann dreh dich doch! Ja, soll ich mit links machen oder aus? Ohne Sinn, Junge! Was ist mein Schiedsrichter? Er sagt zu Messi auch, schieß einfach mit rechts! Aber Messi könnte mit rechts schießen! Junge, das ist der Ding! Du musst die Mitte treten! Ihr schiebt das! Was? Hä? Ich glaub, Sammy hat aber davor ehrlich geübt, ja! Was hab ich denn da geübt, Alter? Was? Der war knapp! Der war knapp, ne? Mann! Ey, ich glaub, Hamid wird die Bestrafung nehmen, ne? Ey, was war letzt... Ey, der ist schlapp! Ey, der ist schlapp! Ja, endlich, Junge! Wie viele... Wie viele... Guck mal, ich wird... Geile Taktik-Set rum, Junge, wie das nicht klappt! Ha! Ha! Da hab ich dich gesagt! Ich hab dich eingeschissen! Wie leicht muss man denn schlagen? Wie? Wie? Ja! Ja! Warte, wie viel hat der... Ja, jetzt beim fünften! Jetzt beim fünften! Wie viel hat er dich? Da hab ich fünf! Oh mein Gott! Dann musst du ihn treffen, dann! Ja! Ja! Ja, ja, ja! Und jetzt bin ich das drin! Schreib auf! Na, jetzt ein zweiter! Ja, ja, klar! Und guck mal, für Hamid ist der drin! Ganz einfach! Ah! Ah! Oh mein Gott! Warte kurz! Willst du was trinken? Deine Fresse, du Pissgerät, ja! Das ist alles in Katastrophe, aber der ist der Katastrophalste! Junge, ja, bitte, ja! Wie bitte ist das noch rettend? Ja, mach dir mal keine Sorgen! Fünfter Versuch jetzt! Nur um sieben... Ey, ey, ey! Das war eigentlich! Ey, Bruder! Alles das war's! Das war's! Ich bin schon mit dem Partei, ich bin ganz echt! Ja, war's! Ja! Mit dem Teppich so gemacht! Nein, hab ich's nicht! Nein, ich hab's selber gesehen! Warte, 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 warte! Du hast einfach so... Du kannst das schaffen vom Baller! Ja, du kannst lüpfen! Triff alles, aber nicht die Katastrophal! Guck mir, Alter! Also er hat sieben Punkte! Genau, er hat sieben! Warum? War du nicht getan? Das hat doch gerade geklappt! Und ich hab nicht mal... Oh Baby, gib mir die Chance doch was zu sagen! Jetzt zum nächsten Mal! Das heißt, wenn Jordan an dieser Bahn 5-5! Jordan sieben Punkte! Also für das Verständnis des Zuschauer... Je mehr Punkte desto schlechter! Was ist die nächste Bahn? Die nächste, das muss gerade sein! Ja! Ist das schon die nächste? Das ist die Schwierigste, Junge! Das ist die Schwierigste! Ich hätte gesagt, hier! Guck mal! Hier ist die nächste! Weil das auch... Wenn das einfacher noch ist... Alter, man fällt sich gleich runter! Wenn du lächelst, ist mir alles so egal! Ey, ich muss bei dem gucken, ey! Man muss ein bisschen atmen! Arsch aufstrecken! Nein! Ja! Nein! Ey, der war krach! Ey, wie dumm! Der war krach! Ohne Sinn jetzt! Geh doch hoch! Ey, der wäre beim ersten gegangen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin jetzt eine bisschen gespendet! Ja, denn der Oma hat Pfeffi am Arsch! Ja, Junge! Mein Gott, alter! Jo, drei Versuche! Fünf Versuche! Kommo! Danke! Dann machen wir das so! Dann machen wir das Abversuchen! Das zählt nicht! Ich habe das vorher erführt! Ey! Hauptsache, ich bin mir nicht! Doch, das sieht! Warum soll das denn nichts sehen? Ja! Das sieht! Du hast sie gemeckert am Anfang, deswegen. Jetzt darf, ne? Überrasch. Ich würde, dass die beiden verdienen. Boah, ich hau den Ding in gleich. Ja, guck mal, oh mein goodness. 3, 2, 1, oh mein goodness, was geht ab? Alter, mein Name ist Jordan. So, was ist los? Oh mein goodness. Hey, Chad, alles sehr professionell. Also, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Bahn. Sami ist zur Zeit am frühen. Okay, ich schaff das. So, komm. Er hat deine Augen auf hier, ne? First try, halt. Oh mein Gott, Junge. Warte, ich bin clever, ich bin clever. Was war clever? Dritter. Oh, schau. Ey, Junge, 3, ich gewinne. Ja, stark, aber stark. Der ist reingekommen. Oh mein Gott. Ich würde auch meine Taktik machen, mit einmal zu sein. Oh, höre ich denn nicht drauf? Ey, aber Hamid hat mir was gesagt. Ich wollte das gerade machen. Ich wollte genau das machen, was ich gemacht habe. Ich wollte genau das machen, was ich gemacht habe. Ich wollte das machen. Schicks. Dein dritter Versuch jetzt. 100 Taps für Hamid. Oh, knapp, knapp. Fünfter Versuch nun. Sag doch mal Danke, Junge. Ja! Hamid! Hamid! Loco! Ja! Von neu, von neu. Von neu. Wie viele hat der? Jetzt sein Zweiter. Ey, wie viele habt ihr Sammy? Fünf. Lass den jetzt da. Ich fange immer gut an, dann kacke ich immer rein, ja? Ey, da ist Scheibe, ne? Scheibe, Kameramann, alles, Bruder. Mach einfach nichts dummes, Bruder. Was ist das für ein Kasten hier, Junge? Dritter Versuch. Das ist einer der Schwierigsten, ne? Ja, sagst du? Ich schwöre. Ja, hau doch einmal drauf, das Ding. Nimm 9, nimm 9, nimm 9, nimm 9. Mach konzentriere dich. Mach konzentriere dich. Mach konzentriere dich. Boah, das stellt voll meine Konzentriere. Kein Problem für dich. Kein Problem für dich. Kein Problem für dich. Boom! Immer wenn er was macht. Fünf Versuche. FF. Stark, Jordan. Ey, wisst ihr, was das heißt? Die nächste Bahn. 16 Punkte. Der Sammy hat 17, 24 Punkte. 19. Das heißt, der Hamid ist zur Zeit am Hürgen. Hamid hat 16. 14, 16. Und du hast 19. Und du bist letzter. 24. Was kriegt der letzte denn? Der letzte war scharf. Und der zweite? Chili. Haare. Haare färb. Spannend. Eine Sache ist krass, meine lieben Freunde. Zwei Leute müssen den zweiten Platz haben. Platz teilen. Hä? Ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Das ist crazy. Wer denn? Ich sage erstmal den... Gewinner. Gewinner. Die beiden Gewinner. Ah, ja. Wir beide. Mit 31 Punkten zu 31 Punkten sind die beiden Gewinner, Hamid und Sammy. Ihr dürft beide drauf. Komm. Es gibt noch Stechen, oder? Nein. Stechen! Nein, Stechen! Nein, Stechen! Nein, Stechen! Nein, Stechen! Nein, Stechen! Nein, Stechen! 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 Was ist Stechen? Was macht man da? Wir sind bei Minigauf, die sollen nochmal eine Bahn machen. Die dürfen sich aussuchen welche. Wer zuerst kriegt... Golden, Golden? Ja, okay. Golden, Golden. Aber das Einfachste! Ihr dürft euch aussuchen, ja? Golden, Golden. Aber wollen wir nicht verloren, oder was? Mit nachziehen, ne? Wenn der Zweite dran ist. So! Der muss am Ende da drinnen sein, ne? Ja, ja. Egal wo der landet, der muss da rein kommen einfach. Klar, ja. Aber lass uns ohne Begrenzung machen, einfach wer schneller schenkt. Ja, ja. Ja! Raus! Nein! Nein! Scheiße! Ey, ganz knapp. Warum bin ich schon raus, Junge? Halt mal die Kappe, eine Sekunde! Ich fall dir alles, Junge! Is mich! Oh mein Gott! Ja! Zwei Versuche! Hamed muss nachziehen, zwei Versuche! Was ist los? Sonst ist Hamed zweiter, muss seine Haare färben! Er braucht einfach... Er muss mehr als zwei, ne? Ja... Er kann doch nachziehen! Wie geil kommt das, Bruder! Er kommt zu Gast zu uns! Wenn er noch eine Bestabe macht, ist doch das Reste, was es gibt! Ey, der muss Dings machen! Hart! Warte, warte, warte! Was? Okay... Er hat mich abgelenkt! Er hat mich abgelenkt! Er hat mich abgelenkt! Er hat mich abgelenkt! Weißt du warum? Weißt du warum? Das war unkorrekt! Wir sagen, das zählt! Weil ich wollte gerade sagen... Ja, aber warum... Der erste Schaden ist hier durch und er wird direkt so! Nein, Jungs! Warte, warte! Warte, warte, warte! Das zählt nicht! Weil wir es gerade nicht gesagt haben und er noch einen Versuch hat, darf er noch einmal so machen! Aber wir haben das auch nicht gesagt! Auf einmal! Ja! Er hat es gemacht und wir haben gesagt, das zählt! Ja! 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 Gleichstand! Gleichstand! Nochmal, Junge! Das ist so korrupt! Warum war ich das? Das war meine Taktik! Und haben wir diesmal... Aber das muss hier durch! Ich muss sagen, weil ich es ihm nicht gesagt habe und er deswegen einen Punkt verloren hat, habe ich das durchgehen lassen! Wie ist das? Wie ist das? Erster Versuch! Marcel, ich will das Hammer an der Arme gemacht, ja! 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 Kann ich das so? Ja! Wie? Ich muss da durch! Wie bei mir gerade, ne? Scheiße! Ja, bei dir war ich einfacher! Ich bin nicht für mich! Äh, Chili! 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 Da war noch ein Mini-Abstand! Da war noch ein Mini-Abstand! Aber du hast es näher ran gemacht! Da war ein Mini-Abstand! Doch! Banner! So! Junge, wie die Lügen bei mir ist! Krass! Mann! Darf ich das machen? Das ist gut, das ist gut! Zweiter Versuch! Drei Versuche! Ja, Junge! Drei Versuche, Junge! Drei, Junge! Du hast beim ersten Versuch schaffen, mach ich 50 ab! Ja, ist das wieder getribbelt! Du verdammtes Dreckspiel, Alter! Ey, du hast zwei Versuche noch! Hey, hey, lass dich bewegen! Hey! Ja, ja! Wenn es berührt, sieht das, ne? Feste! Der muss feste! Ja, putz wieder! Komm mal! Ja! 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 Boah, ey! Der letzte Google-Serie, das war krass! Das war krass! Das war krass, alle! Tricks! Ey! Das heißt, Hamid ist zweiter! Nein, nein! Das heißt... Haare färben für Hamid! Der Hamid kommt als Gast, muss seine Haare färben, als zweiter Platz! Sammy, erster Platz! Jordan, letzter Platz! Jordan muss Chili essen, also seid auch gespannt! Oh, wie schön das Stuhl aussieht! Oh, wie schön das Stuhl aussieht! Hallo, willkommen mein Friseur! Hamid, bitte, sich hinsetzen! Haare färben! 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 Gib mal her! środ Ich will einen Punkt Weiß machen, links einen Punkt. Nein! Ohne einen Punkt Weiß! Oha! Bruder, gibt's ein Fördergut, Junge? Was ist das, Junge? Aber da muss Hamlet auch zwei... Nein, Junge! ...abonniert. Jordan, was geht so 13-jähriges fettes Kind über was? Hey, halt deine Fresse! 20 Sekunden lutschen, 20 Sekunden lutschen, lutschen! Halt das fest! Kim Goshi hat im zweiten Monat abonniert. Oh nein. Kim Goshi, nicht in die Kamera. Ey, Hilfe! Hilfe! Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Äh, reicht das? Soll ich bei dir machen? Keine Haare schneiden, ne? Ich mach dir Avatar-Schnitt mit Übergang. Hast du ehrlich Haare schneiden? Ich kann aber auch... Ey, ich war nicht bei Friseur! Ich kann nicht reden, Bro, ja? Ich kann dir ein Bisküb machen. Ich kann da ein bisschen fresh machen. Was ist das? Patron, ich mach, ich nehm auch auf. Für mich? Weil ich wollt eh so anfangen, so TikToks zu machen, wo ich Haare schneide und so. Das ist wie du bist. Baba-Model. Ich schwöre, du siehst doch gut aus. Oder wenn du mir ne Glatze machst. Ich schwöre, ich komm. Ich schwöre auf meine Mutter, ich mach dir keine Glatze. Du bist eine Mutter. Also schreitst du jetzt deine Haare? Ja, komm. Hast du Rasierer? Nein. Hä, habt ihr nicht? Ich hab einen. Boah, aber das ist... Ich brauche mehrere eigentlich. Ja. Aber ich kann Konturen machen, wenn ihr einen vernünftigen habt. Okay. Jordan. Äh... Qu'est-ce que tu veux? Ein Bisküb. Ein Bisküb? Ein Bisküb? Ja. Okay, he? Es ist ein Marsch. Ey, Bruder, ich schneide. Chill. Ja, das ist... Nika, chill mal. Ich mach ein Bisküb. Ich mach Übergang. Dika, aber beruhig ihn mal. Wie soll ich so schneiden, wenn das auch los ist? Der hat reingeschnitten. Ey! Der hat reingeschnitten. Der hat reingeschnitten. Ey! Der hat reingeschnitten. Setz dich hin! Setz dich hin, Junge. Das ist nicht reingeschnitten. Was ist das? Setz dich. Was ist das? Komm, Junge. Was ist das? Obwohl wirklich nicht so viel ist. Soll ich rein. Nein! Warte, ja. Mann, ja. Der lässt mich mal schneiden, Junge. Er schreit einfach auf. Ich mach doch nur Kondolen. Nicht so aus, ja. Doch. Ich mach Augenbrauen auch. Ey, beruhig dich mal, ja. Beruhig dich. Ich mach Augenbrauen frisch. Ich mach einfach bei Kat. Ey! Warte, doch. Wie ein Kat! Ja, Bisküb? Ist mit Augenbrauen Kat. Oh, Baby. Ich hatte noch nie einen Kat in mein Leben, ja. BAM BAM! Es geht weiter, es geht weiter. Sieht man diesen Kat? Ja, man sieht ihn. Okay, setz dich hin jetzt wieder. Es geht weiter, es geht weiter. Es geht weiter. Ein Bisküb, ne? Ein Bisküb, okay. Ein Bisküb, okay. Okay, okay, okay. Ja, der Bappe. Wuhu! Tschets! Warum hast du meine Haare strubelig? Ey, jetzt musst du... Jetzt musst du ruhig sein jetzt, Junge. Ruhig! Junge, chill mal! Beruhig dich! Beruhig dich, Junge. Es sieht alles gut aus! Ey, chill... Chill mal, Junge! Ich hab noch eine Seite! Chill mal, ich muss noch Risse machen! Bruder, warst du die Frise auf! Wir schwören, du warst die Frise auf! Kommt doch! Kommt doch! Das sieht gut aus! Mann, ihr Alter, das ist genial! Ich mach mal eine Augen zu, Bruder. Ich schwör auf alles, wenn es klippt hier aus, ja? Du gehst immer weiter höher, jede Sekunde! Ich mach grad, ey! Ich mach grad, das ist ja ein Bisküb! Oder? Das ist ja ein Bisküb! Mann, ich schwör auf alles. Ich hab seit fünf Jahren einen Boxerklipp. Ich hatte noch nie so wenig Haare in meiner Hand um! Mann! Klar, sein Leben ist heute so auf Arsch, ne? Junge, ey, ich schwör mal die Gäste, scharfe Chilvermots, plus deine Haare sind auf Arsch! Respekt, ich schwör, du! Was macht ihr? Warum lacht ihr? Oh! Oh! Hahahaha! Hey! 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 Ist doch nicht fertig! Ist doch nicht fertig! Hat man so! Na, hat man so! Guck mal die ganzen Stoffe! Chill! Oh mein Gott! Ist noch nicht fertig! Was ist daran nicht fertig? Junge! Wartauen wir, wenn ihr was zu sagen wollt, ich bruchte deine Chance! Wartauen wir einfach! Mann, ja! Mann, ja! Bewegt euch nicht die ganze Zeit! Mach hier! Klein TM! Klein TM! Klein TM! Warte, warte! In kleinen Buchstaben oder klein? Warte! Große Buchstaben, kleine Buchstaben! Große Buchstaben, aber klein! Italiert! Ich checke! Ich checke's! Grüße, Thomas Müller! Ist es okay, wenn das auf Ohrlinie anfängt? Jason19082006 hat 3 Euro gespendet! Du und was für, ich bin Fade! Boah, das sieht crazy aus! Ey! Was machst du da ja? Erschreck dich extra, damit das reinschneidet! Entspann dich! Ich hab den Chat gelesen! Ich mach den! Der Chat sagt, ey, schreit in mein Ohr ja! Ja, erschreck mich! TM! Nur TM? Ja! Fertig! Ich zeige die Kamera! Das ist so gut! Okay, warte, ich muss kurz für mein Video! Ey, ich seh das doch gar nicht! Warte, warte, jetzt kommt doch Edit-Sound, Junge! Kommt Jungs, wir gehen zusammen! Komm! Was, zusammen? Weil wir Brüder sind! Eine Umarmung! Eine Gruppenumarmung! Boah, Bruder! Werden wir das hinkriegen oder nicht? Doch, wir kriegen das! Ich kann nicht mit so Eis, ich hab Eis-Kohl-Locken-Krankheit! Eis-Kohl-Locken? Der hat jede Kacke eine Krankheit, Bruder, ja? Bruder, aber darüber machen wir mein Handy! Jungs, du bist doof, Bruder! Du bist doof, Bruder! Du bist doof, Bruder! Du bist doof, Bruder! Du bist doof! Du bist doof! Ich muss kacken! Mein Fuß ist eingefroren, wisst ihr das? Ey, warte mal! Der Timer geht erst los, wenn ihr mit den Schultern im Wasser seid! Alter, Alter! Bruder, Bruder, mein Fuß ist doch eingefroren! Der Schulter ist eingefroren! Ey, warte mal! Reicht es, wenn wir uns da hinsetzen? Ich hab Kraft! Ich hab Kraft! Weil ich kann ja nicht mich die ganze Zeit auch noch runterhalten, das macht's noch schwieriger! Pass mal an, ich schwaff meine Mutter! Ey, Jungs, wir müssen das machen jetzt! Das ist doch doof, Bruder! Bruder, ich hab richtig bei Eis war, bin ich richtig zu mir! Oh mein Gott! Hamid! 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 Nein, nein, Jungs, vertraut mich, ich brauche Ruhe! Erst einmal kurz für die Tief! Der hat meine Schuhe geknackt! Oh mein Gott! Geh schnell, geh schnell, geh schnell! Wir müssen alle zusammen, geh schnell, Sammy! Komm, komm! Komm, schnell! Komm, schnell! Schnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ruhig, vertraut mich! Runter, Jungs, runter, bitte! Sammy, runter! Runter, Sammy, vertraut mich! Es ist so krass! Ihr verarscht mich doch nur! Ey, wir werden ohnmächtig! Oh mein Gott! Hamid, fress du kurz für zwei Sekunden! 20 Sekunden habt ihr! John, geh runter, John, geh runter! Komm! 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 Einmal untertauchen, komm! Wie lange haben wir? Noch 10 Sekunden! Ich kapp' mir in die Hose! Ich schwöre, mein Fuß ist abgebrochen! Digga, Hamid chillt! Ist nicht so kalt, ne? Wie lange haben wir? Boah, ich piss gerade! 5 10 Warte, warte, warte! Ich sag' jetzt sofort! Es ist schon längst vorbei! Ich sag' jetzt fort! Und... 2 1 Jetzt! Jetzt eine Minute! Ich pisse gerade, deswegen geht's mir gut! Warte! Bruder, ich kann nicht mehr schwöre meinen Knochenfriel ein, ja? Warte! 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 Mach die Tür auf! Boah, ich bin kurz abgehitzt! Ich bin wieder getrocknet, Bruder, ja? Noch Tipps und Tipps? Was macht er da drin? Ich frag mich das, ehrlich! Der Furz selbst war da drin, ja? Was machst du eigentlich da drin? Was macht er eigentlich? Wie lange hab ich? 2 Möten! Wie kann er noch nochmal reden? 3 Warte, ich schmetterne Pisse! Boah, ein Applaus, Junge, Alter, ja? Ey, Bruder, ich wusste nicht! Jaaaaaaah! 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 Okay, okay, klar, rein! Äääh! Was müssen wir? Aber die sind noch klebt! Doch guck, ich hab noch! Okay, nächstes Mal machen wir eine Challenge, ne? Dann machen wir ihm richtig Haare fern! Ja, okay! Richtig, richtig! Mit erst blondieren und dann... Bei mir! Ja, bei euch! Bei mir dann! Nächstes Mal kommen wir zu Hamed! Er sagt, dass du gekommen bist, ja? Freunde, das war eine coole Überraschung! War eine coole Überraschung? Ey, schon alles, ja! Ey, der Stream war auch geil, Dig, ey! Ich wünsche euch noch viel Spaß in den nächsten 4, 20 Stunden, Jungs! Thank you very much! Ein fettes W für Hamed in den Chat, Freunde! Wuhuuu! Wenn du noch nicht... Das reicht, das reicht! Ja, ist klar, ciao! Haut rein!